Und ein herzliches Willkommen zurück zu Niere Automata mit von Lühe, Gameless als Hobby, das bin ich. Und schon muss ich ausstoßen, jetzt wo die Aufnahme gibt, okay. Ähm, ja, ich werde uns mal bündel in die Wüste sagen, dass sie kommen. Da sind wir stehen geblieben und ich wollte da ja noch nicht weiter drücken, falls jetzt eine Szene kommt, dass wir irgendwie in die Wüste kommen, keine Ahnung. Wir werden voll in die Wüste geschickt. Ähm, und ja, was soll ich sagen, wir drücken jetzt einfach mal weiter. Aber seid vorsichtig da draußen, okay? Okay, wir werden doch nicht in die Wüste geschickt. Wahrscheinlich muss ich selbst in die Wüste laufen. Glück erhalten. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Weiter zurück geht's leider nicht. Wo müssen wir hin? Wo ist die Wüste? Das ist natürlich super. Oh, da liegt noch was. Fähigkeitssalbe klein erhalten. Ach, guck an. Geht aber immer noch nicht. Geht auch noch nicht. Transport. Geht nur zum Bunker. Geht hier mal zurück. Okay. Wie geht denn der Transport vonstatten? Wer hätte ich jetzt per Fax hochgeschickt oder was? Keine Ahnung. So, kann man meiner Freundin schreiben, solange es lädt oder so. Okay, jetzt sind wir wieder hier beim Bunker. Wo geh mal nur hin? Was ist hier? Wir haben hier einen roten Dot. Aufgaben. In der Tat gibt es da etwas, um das ich Sie bitten möchte. Wir brauchen Ihre Hilfe bei der Verbesserung der Netzwerkumgebung zwischen Bunker und Oberfläche. Sobald das erledigt ist, können wir unsere Operation noch effizienter ausführen. Zuerst müssen Sie die benötigten Materialien zur Anführerin des Widerstandslagers bringen. Ein Operator wird Ihnen erläutern, wie Sie an die Materialien kommen, sobald Sie gelandet sind. Ja, Kommandantin. Es war gar nicht rot. Okay, wir haben hier also noch einen weiteren Auftrag, aber wie kommen wir in die Wüste? Wie werden wir in die Wüste geschickt? Äh, jetzt laufen wir einmal drumherum. Ich sehe gerade auf der Karte ganz oben so gesehen, haben wir jetzt nochmal so einen roten Dot. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Oh, wir können in eine Raumstation schießen. Okay. Ah, so kann man rennen. Sagt mir ja keiner. Hangar. Tupi, bist du das? Oder 2B, wie auch immer. Ja, aber... Gott sei Dank. Mein Name ist 16D. Meine Ausbilderin 11B war beim Sturm auf die verlassene Fabrik in deinem Team. Ich nehme nicht an, dass sie... Sie wurde während des Kampels abgeschossen. Ich verstehe. Eine Schande. Sie war die beste Mentorin, die ich mir hätte wünschen können. Sie war so stark bewundernswert. Was ist mit ihrem Körper geschehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß. Es steht mir nicht zu, dich dies zu fragen. Aber nun, wenn du etwas von ihr finden solltest, würde es dir etwas aus mir zu bringen. Das hat keine Priorität oder so. Nur wenn du Zeit haben solltest. Ich werde die Augen offen halten. Vielen Dank. Pot haben... Pot haben wir Informationen über FB's Blackbox. Negativ. FB's Blackbox ist noch nicht geborgen worden. Sie wurde in jede verlassenen Fabrik abgeschossen, richtig? Okay, fliegen können wir also nicht. Oh, was haben wir denn da? Da war was meinsam. Na gut, das nächste Mal. Na gut, lauf mal zurück. Transport, Widerstandslager. Woanders können wir eigentlich auch gar nicht hin. Tja, da machen wir wohl erst diese Kommunikationsanlage vollständig. In die Wüste, das muss wohl noch warten. So, zurück sind wir. Sie müssen Material einsam, die zur Verbesserung der Zweckung geben benötigt werden. Widerstandslager. 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 Okay, haben wir also wahrscheinlich noch nicht per Zufa schon. Müssen wir wohl so nochmal sammeln. POD-042 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 Die Menschen tun einem natürlich nichts. So, Karteninformationen erhalten. Dann schauen wir mal, was hier so verge... Ah ja, solche Gegner. Was? Level 10? Aua! Ja, wir haben schon einige dieser Sachen hier. Wir haben wohl alles. He Ich habe alles in der Hand geholfen, die ich in der Hand geholfen habe. Ich habe alles in der Hand geholfen. Ich habe die Hand geholfen. Dann bin ich fertig. In diese Richtung müsste es eigentlich gehen, oder? Schade, ich habe gedacht, ich könnte weiterfliegen. Bin ich nicht schnell? Warum will die Kamera automatisch unter den Rock gehen? Das verstehe ich nicht. I'll be back. Ich habe durch den Bunker davon gehört. Was in die Teil, die wir von unserer Netzwerkstruktur benötigen, richtig? Danke, dass ihr sie hergebracht habt. Das ist zwar nicht viel, aber ich habe den Bindung für euch. Aber nicht, da kann man dann den Sagen. Das verstehe ich möglicherweise gegen die Vorschriften. Einfaches Gerät mal fünf, okay. So, damit hätten wir das schon mal erreicht. 2B-Operator 6O-E. Schade, ich bin bereit. Entschuldigung. Es war sehr, 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 sehr. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Es ist ein Schicksal, aber... Warum wissen Sie das? Das ist ein Schmied. Dann geht's. Automata. Mit von New York Gameplay als Hobby. Wir haben immerhin, ich glaube, zwei Aufträge gemacht, ne? Immerhin etwas. Wir haben gesehen, wo es zur Wüste geht. Das ist gut. Das ist mal wenigstens, wo wir da dann hin müssen. Und das machen wir dann im nächsten Teil. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und mit meinen anderen Netzplays. Und ihr dürft mich gerne abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Dann kriegt ihr natürlich Bescheid, so gesehen, wann der nächste Teil hochkommt und hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Von daher wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss!